Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Zur Abwechslung zu den ganzen Adventskalender-Unboxings gibt es heute auch mal wieder ein ganz normales Unboxing. Und zwar habe ich mir die Glossybox Men für den Herbst organisiert, gekauft, für 15 Euro auf der Glossybox Homepage. Ja, und wenn du mit mir zusammen erfahren möchtest, was ich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Glossybox Men ist ja quasi eine der Special Edition, die immer wieder wiederkehrend ist, genauso wie die Glossybox Young halt auch. Genau, und die gibt es dort für 15 Euro mittlerweile. Ich meine irgendwie, dass sie teurer geworden ist. Ich dachte immer, die wäre günstiger als 15 Euro. Ja, das sind halt die Arten von Boxen, die ich mir da ganz gerne hole, wenn ich meine Glossy Points einlöse. Die bekommst du, indem du Produkte bewertest, also wo du quasi dann Umfragen dafür ausfüllst, eine Rezension schreibst oder indem jemand unten auf meinen Link geklickt hat und eventuell eine Glossybox abonniert hat oder so. Ja, ich schreibe dir hier auch nochmal meinen Code hin und unten in der Infobox verlinke ich dir auch nochmal alles. Ja, damit unterstützt du mich halt unheimlich und ermöglichst halt, dass ich halt solche Videos machen kann. Genau, ja, ich glaube die Glossybox Men kommt so alle drei Monate raus. Ich glaube, das ist halt wirklich eher so eine Jahreszeitenbox. Alle drei, vier Monate kommt die nur raus. Erscheint halt in einem etwas anderen Design als die Glossybox für die Frauen oder als die Glossybox für die Mädchen. Ist halt hier in so einem braun, beige, sehr klassisch gehalten, ne? Denn Männer wollen ja nicht dieses ganze Tamtam und Mädelskram und so. Und hat aber die gleiche Größe wie halt auch Glossybox und Glossybox Young. Ich habe sie jetzt einfach mal geöffnet. Die sieht sehr, sehr edel aus. Die Männer haben nicht so ein Glossybox Magazin, wo fünf Milliarden Informationen drinstehen, sondern sie haben einfach eine Karte. Männer sind da etwas entspannter als wir Frauen würden, würde ich mal so sagen. Meistens kriegen die das ja eh von uns geschenkt, ne? Glossybox Men. Men's Grooming Edition. Eine neue Jahreszeit bedeutet auch immer eine neue, prall gefüllte Glossybox Men. Nach dem heißen Sommer wird es Zeit, sich wieder ausgiebiger dem eigenen Body, Haar und Gesicht zu widmen. Okay, also eher so Pflege. Gönn dir den ultimativen Erfrischungskick unter der Dusche, widme dich deinem Hairstyle und probiere einen neuen herbstlichen Duft aus. Tolle Produktideen für deine überholte Pflegeroutine findest du in der aktuellen Books. Als kleine Überraschung haben wir dir drei Düfte von Zlatan Ibrahimovic zum Testen in die Box gepackt. Oh, das ist ja lieb. Gefallen sie dir? Auf Zlatansport.com erhältst du mit dem Code MENBOX 25% Rabatt auf alle Produkte. Gültig zwischen dem 1. September und dem 30. Oktober 2019. Oh, das ist ja total nett. Also Zlatansport.com MENBOX eingeben und 25% Rabatt bekommen. Kann man machen. Und hinten stehen halt nochmal die ganzen Produkte drin. Es ist halt wirklich einfach so eine Karte. Finde ich cool. Fünf Produkte. Achso, freu dich auf fünf dieser Produkte in deiner Box. Und die haben mir wirklich jetzt sieben Produkte abgebildet. Sonst hattest du halt immer genau die Produkte drin, die hier hinten drauf standen. Okay, wird jetzt etwas erweitert dieses ganze Gedöns auch von den Männern. Hier haben wir die Box. Schwarzes Seidenpapier bei den Männern. Schwarze Schleife. Wir sind edel. Wir sind, ne. So wollen die Männer das meistens halt auch. Alles sehr schlicht und nicht so bunt. Genau. Dann haben wir hier den Klevi mit dem Blosselbox-Logo. Und ich bin wirklich gespannt, dass sich hier drin verwirft. Ich hab's kaputt gemacht. Ich mach's immer kaputt. Okay. Und hier haben wir den Blick in die Box. So. Zuallererst würde ich sagen, wir gucken uns mal diese drei Düfte an, von denen gesprochen wurden. Wusste ich gar nicht. Das ist Slautern Ibrahimovic. Das war doch mal ein Fußballer, oder? Oh Gott, ich bin so schlecht. Ja. Die drei Düfte, das sind halt so Duftproben. Und da kann ich ja mal dran schnuppern. Genau. Da habe ich hier, das ist, ist das der Typ? Ich glaub schon, ne? Okay. Das hier ist, das Slat vielleicht. Ich weiß nicht, hier steht nicht drauf, pur om, also für Männer halt. Aber hier steht nicht drauf, welche Richtung das ist. Bei den anderen stehen die Richtungen nämlich drauf. Das ist dann natürlich etwas schwierig. Ja. Das ist, okay. Ich nehme mir dafür ein Kosmetiktuch und schneide es in drei Teile, damit ich jetzt hier nicht gleich rieche wie, keine Ahnung. Sonst hätte ich hier einen fremden Mann getroffen. Das freut sich mein Mann auch. Okay. Das erste Sprüch drauf. Auf das Tuch. Das riecht wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Sehr männlich, aber mehr nach Deo als nach einem Parfüm fast schon. Gefällt mir auf jeden Fall vom Duft her. Das kann ich sehr schlecht beschreiben. Ich werde wahrscheinlich zu allen dreien sagen, es riecht männlich, aber ich werde mal gucken, welches davon ich irgendwie am besten finde. Das hier scheint also Supreme oder Supreme, das scheint auf jeden Fall etwas frischer zu sein. Jedenfalls lässt die Verpackung das vermuten. Ich finde es übrigens praktisch, dass das so Sprayer sind. Oh, guck mal. Ginger, Fizzy Citrus Cocktail, Juniper Berry, Lavender und Cedarwood. Wood vor allem, ne? Das soll da angeblich drin sein. Okay, also halt Ingwer, spritziger Zitronen Cocktail, Juniper Berry. Oh Gott, was ist das nochmal? Das weiß ich gerade nicht. Lavendel und Zedernholz. Also das muss dann wahrscheinlich etwas kräftiger riechen. Oh Gott. Das riecht auch gut. Riecht aber ein bisschen frischer. Das riecht mehr nach frisch gewaschener Wäsche als nach einem starken Männerparfüm. Das riecht etwas milder, auf jeden Fall, als das, was ich jetzt zuerst gerochen habe. Ja, definitiv. So viel Männlichkeit hier in diesem Raum, das kenne ich ja gar nicht, ne? Okay, und dann habe ich das Muth Wood. Ja, das wird dann wahrscheinlich einfach holzig, waldig riechen. Drift Wood, New Growth Pine, also Pinie, Grapefruit, Clary Sage und Oak Moss. Oh Gott. Das kann ich so gar nicht übersetzen. Vielleicht kriege ich das jetzt hier gerade mal eingeblendet. Oh Gott, das riecht richtig würzig. Das riecht für mich schon fast ein bisschen zu krass. Sehr, sehr waldig. Wirklich diese Pinie, das riechst du raus. Also mir gefällt's. Alles irgendwie. Aber ich glaube, das, was ich am besten finden würde, wäre wirklich diese Supreme. Also für mich jetzt so, ne? Das riecht etwas seifiger, etwas milder, sanfter. Und so rieche ich an meinen Taschentüchern, Leute. Wobei dieses erste auch ganz geil riecht, ne? Das riecht halt noch so mit so einem Hauch Leder quasi mit dabei. Interessant werde ich meinem Freund geben. Kann er sich ja mal durchschnuppern und schauen, was er so, was ihm davon gefällt. Aber ich sag mal jetzt alle so zusammen. Riechen wie eine Männerumkleide. Kommen wir zum Inhalt der Glossybox. Men. Okay. Da habe ich als erstes von Butchers Sun ein Deodorant for Men mit Cooling-Formel. 24 Stunden Schutz. Kraftvoll und beliebend. Mit Cedernholz und Vetiver-Duft. Ja. Ja. Das wird dann wahrscheinlich auch etwas kühlender sein. Butchers Sun, das habe ich auch schon öfters mal gesehen. Auch jetzt hier in der Glossybox Men oder auch in der Blackbox Men, die es ja auch als Konkurrenzprodukt quasi gibt. Ja. Care Don't Kill. Das finde ich übrigens auch total witzig als Spruch, ne? Pflege dich, töte nicht. Großartig. Und ja, wenn das jetzt mit Cooling-Formel ist, sowas finde ich persönlich eigentlich immer ziemlich störend. Ich mag das nicht so. Und ich weiß auch, dass mein Freund das nicht so gerne mag. Deswegen werde ich das jetzt nicht sprühen, sondern in meinem Familienkreis weitergeben. Ähm, ja. Aber Cedernholz und Vetiver-Duft, das riecht eigentlich ganz geil. Ich kann ja mal gucken, ob man dran schnuppern kann. Nee, kannst du nicht. Musst du halt aufmachen, ne? Aber es sieht schon ziemlich cool aus. Das muss ich wirklich sagen. Aber es wird weiter wandern. Und es ist vegan. Dann habe ich hier drin Eye-Cool-Gel Line Smoothing for All Skin Types mit Anika und Siberian Ginseng von Moniuskin. Das ist dieses Produkt, was ich hier drin habe. Und, ähm, ja, das ist dann einfach ein Augen-Konturen-Gel für die Männer. Ich finde, auch Männer sollten sich mal die Augen etwas mehr Pflege, für die Augen etwas mehr Pflege reinziehen. Denn das macht definitiv Sinn. Ähm, ne? Einfach frischer aussehender, aussehender Blick. Ja, etwas strahlender und so weiter. Finde ich ganz gut. Hier hast du so ein Produktchen mit 15 Milliliter. Und die sind gegen, ähm, Tierversuche steht hier auch hinten drauf. Das finde ich auch sehr nett. Und, ja, das soll erfrischen. Und einfach diese ganzen Augenviecher, die halt uns alle stören, auch wir Frauen haben störende Viecher, ähm, wegmachen. Das ist gut. Dann habe ich hier ein Produkt drin von Matt Maski. Und, Leute, das ist relativ teuer. Ähm, Wahnsinn, dass das hier mit in der Glossybox Men drin ist, muss ich wirklich sagen. Das finde ich echt cool. Ein Sleep Repair Renewal Nourishing Mask. Also quasi eine Schlafmaske mit 20 Millilitern. Und ich denke, dass sowas halt nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen geeignet ist. Ich persönlich bin ein Bauchschläfer. Bei mir funktionieren Übernachtmasken einfach nicht. Und deswegen, ich gucke mal, ob er das vielleicht haben möchte. Ansonsten wird es anderweitig weitergegeben. Ich meine, es wird hier auf diesem Kanal demnächst noch eine richtig fette, 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 fette Verlosung geben. Denn, ähm, ich habe irgendwie den Anschein, nein, das Gefühl, dass ich relativ in naher Zukunft mal so die nächste Tausender Marke der Abonnenten erreichen könnte. Wäre mega cool. Dann, äh, ja, habe ich mir etwas Schönes überlegt. Da wird es ein Adventskalender-Unboxing geben mit einem Adventskalender, den ich an euch verlose. Genau. Da bin ich schon fleißig am Sammeln und am Präparieren, sage ich mal. Und da schauen wir uns das mal an, wie es so läuft. Genau. Ja. Ne? Aber das wäre auf jeden Fall eins der Produkte, was gegebenenfalls mit rein könnte. Und ich bin gerade mega neugierig, was sowas kostet. 69 Euro pro 60 Milliliter und da sind drin, was hatte ich gesagt, 20. Also, ein Drittel davon. Alter. Das kostet 23 Euro, das kleine Produktchen, kann das sein? Das ist der Wahnsinn in Tüten, Leute. Ich sage dir das. So, jetzt kommen wir zu ein bisschen Haarpflege. Gut, sowas braucht mein Freund nun mal wirklich nicht. Der hat eine sehr kurze Haarfrisur. Grooming Pomade, spurenlos, FX, smarter und gepflegter Look, natürlicher Halt von L'Oreal Studio Line. Ja, ne? Sowas wird definitiv weiter wandern. Aber etwas, was ich gerade gesehen habe, was er definitiv mal so verwenden könnte, ist dieses hier. Das ist ein 3-in-1-Duschgel von Farbe, Körper, Haar und Gesicht. Und das ist die Ocean Collection High Seas. Frisch, maritimer Duft, intensiv pflegend. Sowas finde ich ganz gut. Wobei er eigentlich so viele Duschgels hat. Na, vielleicht bewahre ich das hier auf und kann ihm das dann heimlich mal demnächst unterjubeln. So. Mal gucken. Ja, es riecht auf jeden Fall sehr angenehm und es riecht auch so, als würde er das mögen. Das ist wirklich sehr aquatisch, sehr ozeanisch halt, ne? Frisch, maritimer Duft trifft es definitiv. Und ja, das waren 5 coole Produkte und 3 interessante Parfümproben, die ja natürlich auch ihren Wert haben. Wie wir ja durch den Flakoni Adventskalender gelernt haben. Ja, doch. Was hätte da noch mit bei sein können? Eine Handcreme von Dorf. Okay, da bin ich jetzt gar nicht so traurig drum, dass sie nicht mit dabei ist. Und dann hätte mit dabei sein können ein Duschschaum oder eine Körperrasur. Von Farmen. Ist auch nicht mit dabei. Finde ich auch nicht schlimm. Und eine Augencreme von Nutra Skin anstatt von diesem iCool G von Monuskin. Ja gut. Also, da muss ich sagen, bin ich mit dem Inhalt sehr gut zufrieden. Ja. Ich blende hier auch einfach mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Allein durch diese Overnight Mask bin ich gerade echt geflasht. Und denke, dass der Produktwert sich so um die 50 Euro bewegen wird. Nein, nicht wirklich ganz so hoch, ne. Aber schon so 40 Euro. Wird schon hoch sein, doch. Denke ich mal, ne. Wenn ich so die Produkte hier neben mir stehen sehe. Und, ähm, ja. Das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, wenn du es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.